Herzlich Willkommen in unserem neuen Video. Das wird wieder so ein Zweiteiler. Auf jeden Fall geht es um die Seite Wish. Und wir haben uns überlegt, dass einer diese wunderschöne Maske aufsetzt und der andere fragt entweder eine Zahl, also zum Beispiel, ja irgendeine Zahl ist ja egal. Und dann wird entweder das so und so vierte Produkt ausgewählt auf der Seite, die gerade angezeigt wird bei Wish. Wir nehmen nebenher auf, das seht ihr ja dann. Beziehungsweise wir fragen nach einer Reihe und einer Spalte und dann da so, da wird das Produkt ausgewählt. Das ist ein Blind einkaufen, habe ich mir doch schon einen Punkt heute gesagt. Nee, aber ist mir egal. Und wir bestellen dann bis zur Preisgrenze sozusagen, aber das bestellen wir jetzt noch nicht direkt, weil das von Wish die Lieferung immer so lange dauert und wir unsere neue Adresse noch nicht wissen. Und sobald wir die neue Adresse haben und dann auch einen Briefkastenschlüssel haben, bestellen wir das. Dann kommt das eh erst 100 Jahre später, deswegen bestellen wir halt nicht mehr auf die alte Adresse. Und dann gibt es ein Unboxing. Aber da müsst ihr euch noch ein Stückchen gedulden, aber wir wissen jetzt nicht, wann das Video gerade online kommt. Vielleicht ist es wirklich, passt es irgendwie. Ja. Wir fangen an mit der ersten Kategorie. Du, wenn man es einfach abwechselt, du sagst mir jetzt zuerst eine Zeile und dann eine Spalte. Also Zeile ist runterwärts, Spalte rüberwärts. Okay, ich hätte gern die fünfte Zeile und es gibt vier Spalten, ne? Genau. Und eine dritte Spalte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Lachst du? Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Ja. Eine zwölf. Eins, zwei, drei, vier. Mal drei sind zwölf. Wir nehmen... Du darfst den Farben sogar ausrufen, okay? Was? Sagst du jetzt die Farben? Ich sag doch die Farben. Okay. Blau, Gold, Rot, Schwachs, Navy, Blue oder Grün? Gold. Okay. Das ist aber, was ich noch mal gebrauchen kann. Das finde ich cool. Okay, die zweite Zeile und die erste Spalte. Eins, zwei. Also ich muss lachen, obwohl ich keine Ahnung habe. Okay. Eine, 28. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. 28 durch vier wird das was? Richtig, wird was. Zwölf. Nicht. Sondern... Vier mal zwölf. Sieben. Das ist ein 28. Sech. Sieben. Was ist denn das? Ah. Also das haben wir schon. Ne, jetzt haben wir was anderes. Nein, ich habe eine Größe im Angebot. Hm. Einer in Rot, einer in Blau, einer in Schwarz oder in Weißet. Eins in Schwarz. Eins in Schwarz. Kaufen. Fünfte Zeile und dann ganz, ganz rechte Spalte. Eins, zwei, drei, vier, fünf und ganz, ganz rechts. Aha. Ich glaube, das fällt wahrscheinlich raus aufgrund des Preises. Mit GPS, ohne GPS, nein andersrum. Ohne GPS, mit GPS oder mit GPS und Europa- und Amerika-Karte. Ohne GPS, wir können das auch so. Was auch immer. Ohne GPS. Ja. Eine, drei. Eins, zwei. Oh, das ist cool, das wollte ich ja immer mal haben. Hm. Ne, wirklich jetzt. Dann mache ich 0 bis 100 Millimeter. Gut. Farbe, Silber, Schwarz oder Blau? Silber. Oh, ein Schwarz sieht schön aus. Ausverkauft, Entschuldigung. Blau. Auch ausverkauft. Ja, dann Spaß. Das geht noch. Das ist aber auch die schönste Farbe. Ähm, siebte Zeile von oben. Was, siebte? Hm. Und dann die zweite Spalte von links. Also die zweite Spalte. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, ach nee. Ach nee. Das will ich nicht haben. Das ist eigentlich die Fischpantoffel oder so. Nein. Dann nehmen wir die vier. Okay. Äh. Okay. Meinetwegen. Äh, eine neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hm. So ein Scheiß. Rift zum Warteln. Hm. Okay. Farbe schwarz. Mehr kann ich nicht ausgucken. Zeile neun. Hm. Spalte drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei. Ne, alle eins, keine, aber so ungefähr. So, eine Zahl. Ach so, eine komplette Zahl, eine siebzehn. Das ist eine Problemzahl. Hm. Hm, oder? So eine fünfte Spalte, das erste. Eins, zwei, drei, vier. Und hier vorne das erste. Aha. Echt? Zweite Zeile, zweite Spalte. Eins, zwei, eins, zwei. Was ist das? Aha, das ist ganz cool. Also, das kann man sogar gebrauchen. Eine zwölf. Also, die dritte Zeile ganz hinten. Eins, zwei, drei. Dann grau und schwarz. Okay. Kauf hin. Die dreizehnte Zeile von oben. Und dann die dritte Spalte von links. Ah, meinetwegen, wenn du das haben möchtest. Nein, hab ich schon mal die 13 gehabt. Weiß ich nicht, gerade eben bei der Zeile, ja. Ja, aber so bei der normalen Zeile noch nicht, nämlich die 13. Was ist denn das für eine Art von Größe? Irgendwas mit Zentimetern oder sowas? Oder eher Ausführung? Oder ob das ein Tausendfüßler mit 28 Füßen ist, oder? Farbe blau oder schwarz? Schwarz. Ähm, ja. Siebte Zeile von oben. Erste Spalte. Eins, zwei. Ich hab erste gesagt. Ach so. Okay, das erste. Na, okay, das ist ein Ocken. Hätte das schlimmer treffen können. Haben wir irgendeine gemeinsame Schubkost? Farbe. Weiß, schwarz, rot, grau oder blau? Grau. Sah eigentlich nur ein weiß ganz gut. Ne, ein weiß und ein schwarz sieht ganz gut aus. Grau kannst du eigentlich vergessen. Das sieht kacke aus. Ähm, na gut. Dafür? Ja. Was ist das denn? So ein komisches... Schlagstock und Taser und Lampe und alles in einem. Gesamtpreis, das seht ihr ja auch, sind 283,85. Wobei manchmal für 70 Euro gesandt sind. Was aber geht, wie der für 200 Euro Dingsartikel. Wobei mich interessieren würde, Ach so. wie es sich anfühlt, das Ding abzukriegen. Das müsstest du mir machen. Ich mach das nicht selber. Wieso? Keine Ahnung. Ach, weil du dich selbst nicht verklagen kannst, aber mir. Nein, ich würde dich nicht verklagen. Weil du Angst vor meinem Anwalt hast. Auf jeden Fall. Das kann ich. Oh cool. Wo ein... So ein Astronaut den Mond abhackt und deswegen haben wir Halbmond. Ach so, ich dachte, da ist es so, wie wenn jemand seinen eigenen Baumstamm absinkt. Ach so, das weiß ich nicht. Das kann auch sein. Diese Hose wolltest du haben. Ich bin aber cool. Verwendet schwarz. Ja. Super. Freust du dich, was du ausgewählt hast? Ja. Dann wechseln wir jetzt die Plätze. Wir trainen jetzt den zweiten Teil mit meinen Kategorien hier. Und... Ja. Du darfst dir die Augen schließen. 87. Zeile? Nein. Zeile 4, Spalte 3. 1, 2, 3, 4, Spalte 3. So. 26. 4, 8, 12. Du bist zu faul. 16, 20. Was war's? 26. Deine Zahl. Mhm. 24. Ach so, ich darf nicht unterrutschen, hast du gesagt. 26. Ja, das ist verschwitzt, was ich mir will. So, wähle eine Farbe. Ach du Scheiße, hier gibt es tausend Farben, ne? Milchweiß und Gold. Okay. Spalte 6. Ne, Quatsch, Zeile 6. Ja. Und Spalte 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und die 1, ja? Mhm. Was ist das denn hässlich? Farbe. Buch? Äh, entweder weiß, weinrot, hellblau, wassermelonrot, navy blue oder pink. Weinrot. 2, 4, 4, 8, 12. Diesen Artikel besitzen wir schon. Genau, auch von mich? Ja, genau diesen Artikel. Farbe, schwarz oder weiß? Weiß. Schwarz. Jetzt brauchen wir wieder eine... Zeile und Spalte. Ja, bestimmt. 5 und 4. 1, 2, 3, 4, 5 und die 4. Farbe, rot, gelb, lila. Rot. Ausverkauft. Lila. Ausverkauft. Gelb. Das gibt's noch. Das oberste, linke, die 1. Die 1. Aha. Wenn mir dir sowas gefällt. Farbe. Alter, höchst du die Mitte, meine ich. Entweder Champagner, blau oder pink. Champagner sind gold, irgendwas. Pink. Mach. Champagner, weil es lustig ist, ich weiß auch nicht. Sieht bestimmt total scheiße aus, was auch immer es ist. So, nächste Kategorie, Zeile und Spalte, bitte. 3, 3. Das ist doch eine Punkte unten noch. 1, 2, 3, ja. Und hier von links, 1, 2, 3. Was ist das denn? Die 16. Halt, stopp. Ich hab erst mal auf kaufen gedrückt. Und jetzt muss ich kurz warten, bis hier dieses komische Fenster da weg ist. Wenn du mich wieder auf den Bahnhof klickst. Äh, nächste Kategorie, die was? Die 16. Richtig. 4, 8, 12, 16. M3. Okay. Das nächste bitte. War, glaub ich, Zahl, ne, oder? Ne. Ne, Zahl, spannend. Mhm. 21. Zeile. Ja. Ja, warte, ich zähl erst mal. Und das dritte. Oh, schlechteste war. Warum? Das hässlichste auf der gesamten Seite. Ähm, Farbe schwarz, schwarz und weiß. Lila, braun oder rot. Schwarz. Schwarz. Fünf. Also vier, fünf. Ähm, größe. Das ist ein Inch, Zoll oder? 5 oder 5,8? Mit ein Smartphone nehme ich an 5 ist bald ein bisschen klein 5,8 Farbe Schwarz, Weiß, Rot, Gold Schwarz Die 6 und die 4 1,2,3 4 5 6 und die 4 Das ist in Ordnung 12 Das ist auch in Ordnung 16 4,8,12,16 8 8 und 2 8 und die? 2 Was hast du denn für einen Geschmack? Farbe Blau, Schwarz, Navy Was hast du für eine Größe gesagt gehabt? M 28 4,8,12 16,20 24 28 Das ist auch das Hässlichste auf dieser Seite Größe gibt es zwar auszuwählen aber auch nicht Farbe Entweder Es ist viel Entweder Grau Grau 5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Grün 1,2,3,5 ounds 1,2,2,3,4,5 Grün 1,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,1,2,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5 Isn't it? 1,2,1,1,2,1 Is it ever? ран Aber es sind auch mehr Versandkosten. Absolut, du musst von unten anfangen. Darf ich auch decken? Hier hast du das dunkelrote. Was ist das denn? Ja, so ein Sack, aber so ein komischer Sack. So auf zahmgeknülltes Taschentuch gemacht, oder was? Weiß ich nicht, so wie mit Blumenmuster oder sowas. Das sieht aber hässlich aus. Na? Ich hab keine Ahnung. Ach so, wo du wahrscheinlich Eis rein machst. Eis oder kaltes Wasser oder so. Und dann? Dann befeuchtet der Raum ein bisschen mit Luftfeuchtigkeit und kalt. Ach du Scheiße. Und meine Eltern auch. Funktioniert aber nicht. Oh, ein Fahrradhelm. Sehr gut. Ja, das ist der hesseste Schuh überhaupt gewesen. Sehr gut. Weißt du, da waren High Heels und Flimflops. Und wirklich Schuhe, wo ich sag, okay, die sind schön. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt aussuchen. Aber dann hast du genau den einzigen hässlichen Schuh ausgewählt. Gibt es die Chinesen dazu? Dann hier eine gruselige Hose. Oh, jawohl. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit dem Auswählen fertig. Und wie gesagt, bestellt wird, wenn wir unsere neue Adresse haben. Und dann drehen wir euch was Kleines und dann gibt's dann ein Unboxing von dem, was wir halt bestellt haben. Und ja, ich würde sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Man sieht halt wirklich, wie krass unterschiedlich die Sachen sind, die uns vorgeschlagen werden. Was ich aber an sich eigentlich auch positiv finde. Bei anderen Einkaufsseiten kriegst du alles vorgeschlagen. Und das willst du gar nicht sehen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wir hoffen, euch hat dieses hier gefallen. Und ja, das letzte Video verlinken wir unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.